Mach ich's Rat zum Fotografieren. Gib beim Fotografieren alles und achte auf alles. Beim Fotografieren solltest du deine Kreativität voll ausschöpfen. Konzentriere dich nicht zu sehr auf die Technik, die gilt es zu beherrschen, aber das kann fast jeder lernen. Experimentiere so lange, bis du deinen Stil gefunden hast. Ein ebenso interessantes wie originelles Konzept ist es, was dich auszeichnen kann. So entstehen Fotos, die den Betrachter sofort fesseln. Was das Team und das Model leisten, muss dir stets präsent sein. Behalte dein Ziel im Auge, aber sei auch offen für deren Ideen. Das perfekte Foto erreicht nur, wer jedes Detail beachtet. Gib dich nicht mit dem zweitbesten Make-up oder einer Beleuchtung zufrieden, die okay ist. Alles muss optimal sein. Jeder im Team muss sein Bestes geben. Dann wirst du als Fotograf gemeinsam mit deinem Team Erfolg haben.